Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und gestern war der Gengar Tag. Ich hoffe, ihr hattet alle eine reichlich gute Ausbeute natürlich. Wie gesagt, heute ist Sonntag, das heißt, ich werde heute das Video schneiden, beziehungsweise schauen, dass es heute noch online kommt, unser Best-Off vom Gengar Tag. Ihr könnt ja mal schon in die Kommentare schreiben, wie es bei euch gelaufen ist. Habt ihr shiny Gengar bekommen? Habt ihr shiny Pinsier bekommen? Dass er auch vermehrt überall rumsitzt. Und wir haben gestern eine Aufgabe geholt. Fange 5 Käfer-Pokémon und da gibt es ja angeblich Ninkada als Quest-Encounter. Das wollen wir jetzt mal abholen. Na, ein wildes Ninkada erscheint mit 266 WP. Werfen wir mal eine goldene Bäre drauf. Ach, eine gelbe, einen Hyperball. Das Handy hängt schon wieder und spackt rum. Das ist bestimmt jetzt drin, ne? Das macht keine Faxen. Und genau, first try, eingetütet. Ninkada, neuer Pogedex-Eintrag zusätzlich. Sieht ziemlich komisch aus, ziemlich spooky. Seht euch das an. Und braucht 50 Bonbons zum Weiterentwickeln. Wir machen jetzt mal was ganz Besonderes. Da ich eh so viele Sonderbonbons habe und mein Beutel immer zu voll ist. Ich überhaupt nicht weiß, wo ich die hinpacken soll. Nehmen wir mal ein paar Sonderbonbons. Packen da 50 zusammen. So. Ganz spontan. Und entwickeln es gleich mal. Schauen, was dabei rauskommt. Dann lohnt sich die Folge gleich doppelt. Und geht auch nicht nur eine Minute, sondern eine Minute 30. Oh, ein Pibor. Wow. Hummelmon. Oder wie auch immer. Und das Ninkada hat sich zu Ninjask entwickelt. Mit 712 WP. Ja, das sieht schon gefährlich aus. Das tun wir gleich mal umbenennen. So. Hummelmon. Fertig. Das ist der kleine Bruder, also der aggressive Bruder von Pibor. Eigentlich ist es der fette Bruder von Pibor, weil Pibor ist groß und schlank. Und Hummelmon ist halt klein und dick. Wie bei den Simpsons. Sie folgen mit Bart und Hugo, wer den nicht kennt. Aber das war es für jetzt. Kleine kurze Folge. Ninkada abgeholt. Hummelmon abgeholt. Und später geht es vielleicht weiter mit dem Gängertag. Wenn ich es nicht schaffe, dann morgen. Aber ich versuche, dass es heute noch kommt. Deshalb. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Herrs. Ich salto. Ich salto.